guten morgen wir sind heute unterwegs im wald weil wir haben eine kleinigkeit vor und zwar ist heute schweinekalt ihr seht wir haben peter dabei und wir haben schnee dabei und wir haben wald dabei und heutiger soll es mal darum gehen dass wir eventuell catch angucken machen wir wollen mal gucken dass wir ein fisch noch verhaftet kriegen aber wir wollen tatsächlich nicht nur den fisch verhaften und denen eine fahne hauen sondern wir wollen angeln ja aber ich werde euch mal zeigen also jetzt ihr seht ja das richtig kalt wichtig ist die richtigen klamotten dabei ja und vielleicht wollen wir uns mal ein tee brutzeln am wasser oder mal gucken und da guckt man mal einfach was gibt es so eine wildnis wir müssen ja jetzt in dieser zeit unser immunsystem richtig stärken und dafür gibt es auch bestimmte sachen und da gucken wir mal was wir machen können da zeige ich euch nachher auf geht's bis nachher bis nachher na heiko hat was gefunden ich habe nichts aber ich habe gesehen dass du was gefunden hast ja von daher muss man schon wieder alles richtig gemacht dass wir unser tierchen kochen können ja natürlich einmal alles voll wir brauchen ja nur das mitnehmen was wir tatsächlich brauchen wir als angler sollten nicht nur von der natur leben sondern immer auch mit der natur dann sollten wir wenn es natürlich möglich ist auch unsere umgebung kennen das heißt meist haben wir irgendwo wald an den gewässern und so und da kann man auch ein bisschen was für sich nutzen nicht ausnutzen sondern nutzen unter anderem so habe ich immer mal ein paar pilze und das sind so genannte vital pilze die stärken das immunsystem und ich kenne keine erkältung sowas kenne ich nicht also weil ich solche kuren macht und ich nutze diese kochen wir da draußen t das zeigen wir nachher mal am wasser hoffe ich doch wenn wir noch fisch fangen dazu ja und dann kurz um die dem auf und wer dazu dann nachher noch was sagen was ist da für möglichkeiten gibt genau also bis später jetzt sind wir hier am see angekommen jetzt wollten wir gerade auspacken sind erstmal zum see gegangen und ihr seht es im hintergrund vielleicht zugefroren ich mache gleich mal noch mal eine nahaufnahme hier vorne gerade so noch frei und da hinten im hintergrund sieht man vielleicht auch so ein paar vögel die direkt am rand sitzen ich so das gleich mal ran wir müssen uns ein neues gewässer suchen so dann werden wir mal los und gucken dass wir noch ein finden wir werden wahrscheinlich ein fließgewässer dann nehmen wo was frei ist und dann geht es da los und gucken wir mal dass man hecht oder ein barsch ich habe hier mal was besonderes ist hier mal gucken guck mal hier es sind auch pilze das sind die familie der becherlinge dass das judas ohr wir hatten das schon mal erwähnt und zwar als wir die küche auf zander geangelt haben da haben wir doch die samtfuß rüblinge gefunden und da hatte ich schon mal gesagt was zu winterpilzen und das interessante bei diesen ist hier die sind natürlich jetzt schon ein bisschen eingefrostet aber wachsen winter frisch vom baum einen schnabel ja natürlich müssen knorplig aber sehr fruchtiger pilz der geschmacklich auch völlig in ordnung ist und wenn man doch mal ein bisschen hunger hat oder wissen mineralstoff und sowas braucht dann kann man das auch das war so Ja, nun sind wir hier vorhin an unserem neuen Angelsport angekommen, weil der André ja zugefroren war und wir mussten erst mal die Angeln rausschmeißen. Ging nicht anders, wir wollten ja unbedingt noch einen Fisch fangen, damit wir hier auch Catch and Cook machen können. Bis dato ging nichts mit Fisch, aber Peter war jetzt der Meinung seinen Kocher aufzubauen, der, ja, er sieht nicht aus wie 20 Jahre, er sieht älter aus. Also ich hätte ihn jetzt auf 40, 50 geschätzt, aber er funktioniert und wir wollen uns jetzt mal ein Teechen kochen, beziehungsweise will Peter das machen. Das ist ein Wildniskocher, also der muss so aussehen. Ich zeig dir gleich nochmal, mach mal ein paar Bilder und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie alt er ist. Wir kochen uns jetzt ein schönes Teechen und dann wird uns wieder warm. Und nicht nur ums Herz. Warte, ich geh mal ein Stück zur Seite. Wir machen jetzt ein Teechen. Ja, besser ist. Wir werden uns jetzt mal ein Teechen kochen, den ganzen Tag haben wir hier rum experimentiert, die stehenden Gewässer sind zugefroren, der Winter hat uns eingeholt. Du bist uns arschkalt, äh, a-kalt. Was? Naja, der hinten ist auch noch dran, ja, noch. Also wir machen uns erstmal einen Tee und zwar brauchen wir dazu Pilze. Ich hab da zwei Stück, einmal rotrandigen Baumschwamm und einmal ein Birken Vorling. Die schneiden wir uns jetzt mal ein bisschen klein, hauen die ins Wasser mit rein, damit die auftrocken. Und das sind Vitalpilze, also stärken das Immunsystem. Ich kenn keinen Stupf mehr, aber dazu hatte ich ja schon was gesagt. Also wir schneiden die mal einen Streifen. Man könnte natürlich auch einen ganzen Pilz reinhauen, aber wenn ich das klein schneide, hab ich eine größere Oberfläche. Ne, also gibt das die Stoffe noch besser frei. Die schneiden wir auch mal mit klein hier. Bevor ihr sowas macht, ne, also nicht einfach nachmachen, das ist immer natürlich nicht gut. Belegt euch erst über die Pilze und geht nicht einfach so im Wald, reißt irgendwas raus, was dann vielleicht nachher nicht so gesund ist. sondern, ne, wie auch Pilzbücher oder auch im Netz, ne, da kann man mal googeln nach den Birken Porling, nach den Zunderschwemmen, nach Schmetterlingskrameter und sowas alles. Alles, was jetzt so Vitalpilze sind. Und wenn man die denn so hat, naja, dann kann man davon einen Tee kochen. Ja, wie ihr gesehen habt, der Tee kocht schon, hat auch schon eine schöne Farbe und da riecht es so lecker. Den werden wir gleich auch brüllen, aber wir müssen den immer erstmal ein bisschen auskochen, damit die ganzen Inhaltsstoffe ein bisschen ausgekocht werden. Wir haben schon vorbereitet, der Birkenholing ist sehr bitter und ich verfeine das immer einmal einen Teebeutel, neun Kräuter und was ich noch gerne nehme, Ingwer mit Kurkuma. Das sind alles so wichtige Stoffe, die der Körper braucht und der stärkt unser Immunsystem enorm und deswegen trinken wir so einen Tee. Ja, die Fische haben uns ja ein bisschen doll geärgert heute, ich bin nichts beim Tee trinken. Geärgert? Warte kurz. Nein? Nein. Sie haben einfach nicht gebissen. Im Übrigen, dieser alte Benzinkocher im Winter, das Nonplusultra, meistens ist es dann so kalt, wenn man einen Gaskocher hat, dass man den einfach gar nicht ankriegt, dass der Druck zu gering ist und dass der dann nicht funktioniert. Deswegen habe ich im Winter immer Benzinkocher, einen alten Colmans und im Sommer Gaskocher. Ja, die Zeit ist rum, wir werden unseren Tee gleich aufbrühen können und ich habe schon einen Teebeutel drin und damit das ein bisschen süßer wird, nehme ich immer, ich bin ja süßer, Heiko ja nicht so, der mag nicht das so, weil ich noch ein bisschen Ahornsirup, kanadischen. Tschüss. 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 Damit werde ich das ein bisschen verfeilen. Mach das mal. Ich mach das. So, dann machen wir erstmal Eikostasse. Also, Prost. Mal gucken, was die Baumpilze so machen, also nicht, dass wir anfangen zu schweben hier oder trinkt den ja fast jeden Tag. Genau. Also von daher. Ja, Prost. Wegen vorliegend natürlich Peter, ne? Heiß. Und warm. Ja. Und der Ingwer, der tut seinen Rest mit dem Kurkuma. Also, das ist ein interessantes Aroma. Der Peter, der Peter, der kommt ein wenig später. Das werde ich jetzt nicht kommentieren. Geht das schon wieder los? Ich muss erst mal das Eis vom Bad machen. Tja, der beste Köder taucht nichts, wenn die Fische nicht fressen wollen. Nun nimmt man dann ja immer die, die schon total zerbissen sind, wo man weiß, dass sie was fangen. Ob dann der ist, ob dann der ist, also laut, leise. Naja, wie sagst du immer so schön, so wie man den Köder anbietet? So wird man fangen. Ja. Heißt, wir haben die blöd angeboten heute? Wahrscheinlich schon, ja. Ne. Selbst der gute Sucher hat heute nichts gebracht. Also, und das würde schon was heißen, wenn du gar keinen Biss kriegst, dass die Fische absolut nicht aktiv sind. Naja, nun ist auch, die stehenden Gewässer sind dicht. Da hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber hier im Fließgewässer, wir sind hier in der Nähe der A20 Brücke, deswegen auch der Lärm. Naja, damit der Tag trotzdem nicht ganz so sinnfrei war. War er sowieso nicht. War er sowieso nicht. Wir haben ja schon Tee gekocht. Wir werden trotzdem was für die Pfanne holen. Ich habe nämlich noch schön was entdeckt. Und? Wir gucken mal nach ein paar Pilzen. Ja, wir werden noch Pilze sammeln. Und das, was Peter glaub ich meint, sind Samtfußrüblinge. Zumindest habe ich da auch schon welche gesehen. Ja. Also, ich glaube wir machen Pilzkanal. Genau. Kann man ja auch mal machen. Also, wichtig ist, man ist draußen. Alles andere genießt das hier draußen. Naja, den Lärm nicht so von da hinten. Aber insgesamt, naja klar. Heute war die Chance eben nicht so gut, dass wir was fangen. Der Bereich, wo sie sich eigentlich ein bisschen mit sammeln, der ist auch zugefroren. Also, C'est la vie. Wichtig ist, wir sind draußen. Richtig, genau. So. Ab in den Wald würde ich sagen. Wir gehen mal... Nein, 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 nein. Nicht das, was du jetzt schon wieder denkst. Nein, nein. Ich denke, Pilze sammeln. Wir gehen Pilze sammeln. Scheiß Pilze jetzt, Stülze. Na, ich nicht. Ja. Also. Bis später. Das sind jetzt keine Hofwasserhosen. Wir wollen jetzt ja Pilze sammeln. Und dazu warten wir mal durch den Fluss. Ja. Ab geht's. 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 ist ja mehr als wichtig. Wenn die Füße anfangen zu frieren, dann hat der ganze Angeltag keinen Zweck mehr. Dann muss man Richtung Heimat. Heiko hat jetzt ordentlich aufgerüstet, das verlinken wir euch auch mal. Vernünftige Socken, die man braucht, vernünftige Unterwäsche. Ich mache das schon seit Jahren. Merino Wolle, das ist eigentlich das Nonplusultra, ist atmungsaktiv, also wenn man was schleppen muss, dann schwitzt man ja schnell und im Winter ist es dann fatal. Wenn die Feuchtigkeit nicht weg kann, dann fängt man schnell an zu frieren. Also davon kann ich definitiv ein Lied singen, das habt ihr ja in den einzelnen Videos mal gesehen. Deswegen habe ich mir jetzt neue Unterwäsche, lange Unterwäsche und auch noch ein paar Pullover und eine dicke Hose und so, alles aus Merino Wolle organisiert. Ja, schön bestellt im Netz, ist nicht ganz billig, aber wichtig, es hält total warm. Also mir ist heute nicht einmal kalt gewesen. Sensationell, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, nur renne ich an den Pilze vorbei. Im Übrigen. Ja, sorry. Viele, also wir haben das auch in den Kommentaren oder auch mal angesprochen, viele haben sowas, ich mache Tarnkleidung nicht und bla bla bla. Also wir sollten mal an eins denken, wir sind Gäste in der Natur. Und wir sollten, wenn es möglich ist, so wenig wie möglich auffallen. Und wenn man so wenig wie möglich auffällt, dann kann man auch mal schöne Sachen erleben. Da oben fliegt gerade ein Seeadler zum Beispiel, hier hinter uns. Ja. Ich bin ein Pudrier, der neben mir im Eimer eben die Maiskörner herausfuttert. Also alles gut. Man muss sich nur dementsprechend bewegen. Und wir als Angler, denke ich mal, wir sind ja naturverbunden, so wie sich das gehört. Und von daher sollten wir uns auch so bleiben, dass wir nicht so auffällig sind. Ja, zumindest Angler, die sich tatsächlich ... Ja, die sich wirklich auch das auf den Brust schreiben, dass sie naturverbunden sind. Es gibt ja natürlich auch andere Kollegen. Naja, leider. So, Pilze, hast du noch was gesehen? Pilze, guck mal da. Da drüben, da finden wir nochmal Pilze. Also damit dürfte die Pfanne voll sein. Ach da, ja. Ja, ihr wisst ja, was jetzt passiert. Wir fahren nach Hause, hauen die Pilze in eine Pfanne. Wenn es schon heute keinen Fisch gibt, dann gibt es wenigstens Pilze. Außerdem fängt das wieder an zu Schneeregen und bezeichnet das, wenn wir ins Auto kommen. Also, heute mal kein Fisch, ist auch nicht so wichtig. Na ja, ist zu hangeln, kein Fische greifen, ist okay. Aber dafür lecker Tee gekocht aus Pilze, Pilze gesammelt für die Pfanne. Das will man mehr. Schöne Mahlzeit. Schöne Mahlzeit, genau so. In diesem Sinne. Viel Spaß. In diesem Sinne. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag von Heiko und Peter, die Pilze. Die, dass man sie jetzt schmeckt. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und übrigens eins immer, Leute, der muss nach da. Ja. Nicht so, sondern so. Der passert. Also, viel Spaß. Tschö. Tschö.